Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute zeige ich euch, wie ihr eure Galaxy Buds bzw. eure Galaxy Watch mit eurem Google Pixel 6 Pro koppeln könnt. Das gilt natürlich auch für alle anderen Android-Smartphones. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Hierfür müsst ihr verschiedene Apps bzw. Plug-ins aus dem Play Store herunterladen. Und zwar sucht ihr zunächst nach der Galaxy Wearable App und installiert diese. Dann sucht ihr noch für die jeweiligen Geräte, die ihr koppeln wollt, das entsprechende Plug-in für die Galaxy Buds 2, dann eben das Plug-in für die Buds 2 und für die Galaxy Watch 4 das Plug-in für die Watch 4. Wenn ihr das installiert habt, dann öffnet ihr die Galaxy Wearable App und sagt Gerät hinzufügen. Wenn sich euer Gerät in der Nähe befindet, wird es hier angezeigt und ihr folgt einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm. Das Ganze macht ihr dann für jedes Gerät. Dann habt ihr dann bereits alle verfügbaren Funktionen für die Galaxy Buds und die Galaxy Watch, wie ihr sie auch auf einem Samsung-Smartphone habt. Zusätzlich könnt ihr euch noch die Samsung Health App herunterladen, um weitere Informationen rund um euren Schlaf, Fitness und Ernährung zu erhalten. Ich bin insgesamt super zufrieden, wie gut sich meine Galaxy Watch 4 und auch meine Galaxy Buds 2 mit meinem Google Pixel 6 Pro koppeln und auch benutzen lassen. Im Vergleich zu einem Samsung Smartphone hat man hier keinerlei Einschränkung, was die Funktionen betrifft. Da die Samsung Wearables wirklich sehr gut und sehr hochwertig sind, kann ich euch diese Kombination nur sehr empfehlen. Ich hoffe, das wirklich sehr kurze Video heute hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann drückt unbedingt den Like-Button und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne, Freunde, tschüss und bis zum nächsten Mal.